Hallo Leute, heute habe ich einen Raid auf Shoreline und ja, wo war ich anders als am Cottage, da sind gerade eventmäßig die Goons und Sanitar unterwegs. Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, es gibt im Moment ein, ja sagen wir mal, Endwipe-Event mit einer langen Quest-Reihe, die immer schwieriger wird. Und gestern ging es darum, die Sanitar-Bag auf Streets abzulegen und deshalb ist die im Moment extrem viel wert. Und in diesem Raid war ich unterwegs und habe die ein bisschen gefarmt und ja, einfach um ein bisschen Kohle zu machen, weil ich habe sie vorher gekauft. Einmal für 8 Millionen, ich habe mir die SP-8-Machete für 6 Millionen gekauft und ja, ich wollte ein bisschen Kohle machen. Dann habe ich mir gedacht, ja, Cottage, da killen wir mal schnell Sanitar, nehmen die Bag mit und ja, gleichen das ein bisschen aus. Es kam dann ein bisschen anders, es war etwas mehr Gegenwehr, aber ich will es euch nicht spoilern, schaut es euch auf jeden Fall an. War ein sehr spannender Raid, ich glaube, ich hatte noch nie so gutes PvP am Cottage, aber soviel dazu. Ich bin übrigens dazu täglich liveofquitch, Twitch.tv slash Outsider, würde mich freuen, wenn ihr euch vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Aha, ah ne, war gar nicht so nett. Oh, Sanitar-Bag, 2 Millionen, genau. Ich meine ganz ehrlich, wenn ich einen Shoreline-Loot-Run durchbringe, dann sind es auch 2 Millionen. Aber Sanitar-Bag ist lustiger. Und da gibt es auch noch ein bisschen Bonus. Eine VSS ist im Moment auch sauvier wert. Der hat ja auch immer eine VSS. Klar, Cashwell, Rubel, das sind alles im Leben. Predator 1X, vielen Dank für den fünften Willkommen zu Gnabo-Falle. Danke für den Support. Und danke für den Beitrag zum Partner-Plus-Grind, 9 von 15. Weiß nicht zu schätzen. Beziehungsweise 9 von 350 diesen Monat. Da ist ein Scare, aber auf der anderen Seite. Der ist noch ordentlich am Jammern. Ich habe noch keine Schatz gehört. Ich habe noch keine Schatz. Das ist way nach Sales, wenn sie auf die Schatz Cesaretten 1993 went zujar und zurück aquilo zusammen. Also, es ist immer noch mal nicht interessant. Von ZP Y S, nicht auf den Pfann-Kern auf dem Namen. Jetzt geht die Party gleich los, Leute. Oh boy. Okay, das ist ein Spieler. Nein, das ist tot. Oh boy. Party, meine Freunde. Ja, 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 ja. Okay. 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 Wir stummern erst, looten. Angespannte Situation? Eigentlich lief es ganz gut dafür, dass hier so viele sind Big Pipe kann auch irgendwo sein Ah, hier ist Hier ist noch irgendeiner Ah, hier, ich habe Sanitar, das ist gut Ich höre keinen Schrein Ich höre keinen Schrein Ich höre keinen Schrein Ich höre keinen Schrein Haben wir es dann Das ist hier los Ich höre keinen Schrein Ein bisschen Pistazia Und ich wollte nur Sanitar looten Kurz mal Ein bisschen Sanitar farmen Ist schon nichts los hier Ei, 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 ei SP8 gefunden, gekauft habe ich sie Hallo, Olli Knolle, danke fürs Hallo Danke für die 7,50 und den besten Beemix überhaupt Hallo, ich dachte eigentlich, das sind so ein, zwei, zwei in der Ecke Ich wollte Sanitar looten Ich wollte Sanitar looten Und nachdem ich da hingegangen bin Pushen mich fünf Leute Fünf Ich meine, was zur Hölle Was ist los bei euch? Essen, trinken, essen Salz Halt Bé, schrein Haben wir es dann. Hoffe doch. Teilt ja gut, dass ich auch wischte. Geht die Bag so rein? Hoffe doch. So, scheiß drauf. Wie hockt jetzt noch einer? Da geht noch mehr. Kartonversorgung, vielen Dank für die Tier 1 Danke für den Beitrag zu Pata Plus Grind Willkommen zu Genaubaufalle, weiß ich zu schätzen Danke für 10 von 15 heute Oh, ein bisschen Kohle hier, alles was geht, nehmen wir mit Ich kann beides, zwei gleichzeitig surgen, wieso das denn? Was ist hier drin? 62, freundlich So viel habe ich gar nicht, ich habe halt die Bag, ne? Können wir die Mutant-Team mitnehmen? Ne, ne, das Ding Ah, das Ding ist vielleicht noch was wert, wer weiß Hier komme ich den Helm nicht auch rein Ne, ich kriege keinen, ich komme keinen Helm rein Aber wir tun jetzt hier mal nicht ewig rum Die Sanitar-Bank ist eh das Wichtigste Der Rest ist egal, komm raus hier Wir tun hier schon zu lang rum Die Sanitar-Bank ist gerade die große Trophäe Schade, dass er keine VSS hat VSS wäre auch nochmal 5000 Das braucht man die Bag, die ist im Moment für die Quest wichtig Ich habe sie schon abgelegt Aber Junge, der Fight um die Bag ist ja richtig heftig Das heißt, wir werden die jetzt mal gewinnbringend verkaufen Selbst für 15 Millionen würde ich gekauft Ja, natürlich, aber dann zahle ich halt unendlich viel Gebühr Ich denke mal, für 3 bis 4 Millionen kann ich sie reinstellen Dass es sinnvoll ist Aber ich habe keine Ahnung, wie viele Kills das waren 6 waren es auf jeden Fall 7 Kills waren es auf jeden Fall In etwa 5 Minuten Kann ich meckern Hätte schlimmer kommen können Besonders, wo sie mich da so lau gepusht haben Ai, 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 ai Ja, ja, deswegen Ja, so maximal 3, 4 Millionen Sonst macht alles keinen Sinn Schauen wir uns jetzt gleich an So, Leute, macht doch mal hallo YouTube im Chat, ne War ja netter Eventrate auch, ne Also so krasses PvP hatte ich am Cottage noch nie Verewigt euch 23.000 XP 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, ja, wie ich gesagt habe 7 Kills Den Hammer, BirdEye, Senator, eine Guard Ja Passt Kann man nicht meckern Jetzt verkaufen wir noch kurz den Rucksack, den Senator Back Das nehmen wir noch mit drauf Das interessiert auch Leute auf YouTube auf, wie viel das jetzt bringt Das wäre ja richtig mies, das jetzt abzuschneiden So, mal sehen Mal sehen Also, Senator Back, Mauer 3 700 Ja, Mauer hier 700 3, 5, komm 3, 5 Auf geht's Weg Weg Dankeschön Alles klar Alles klar Machen wir hier einen Marker Machen wir den Chat wieder aus Wundervoll Weg To get away To see you again See you again Been fighting ways To get away To see you again See you again Vielen Dank.